Und damit begrüße ich euch zurück zu Let's Play SS3 Chronicles of China Und jetzt erstmal hier aus den Heuhaufen springen, wie tut man das? Wie springt man aus dem Heuhaufen irgendwie? Hallo, ich möchte gerne aus dem Heuhaufen raus Ah, da, da sind wir Gut, wir sind in der letzten Folge auch schon runtergesprungen Aber ich wollte eigentlich nochmal die Zähne zeigen Eigentlich musste ich alles nochmal neu spielen Also bis zu dem Zeitpunkt hier Und dann bin ich nochmal eben durchgerusht, hab sie alle gekillt Oh, man darf nicht ins Wasser springen, hab ich jetzt gemerkt Okay, man darf immer noch nicht ins Wasser springen Darf ich da wenigstens irgendwie drauf? Anscheinend, da kann man das nicht Dann gehen wir halt woanders hin Wenn das nicht geht, dann machen wir das halt nicht Laufen wir halt hier hin So Bist das Ganze Bist duyenst, was die Zähne Adenkmes Das ist, was die Zähne Bist du in der Zähne You can die Zähne Wenn du das besser Abonniert Stecker Du hast es. Jetzt geht's mit den Angriffen, die blockieren deine Angriffen. Use ein Standard Attack gegen den Angriffen mit dem Schild. Probier es wieder. Angriffen mit Schild werden die Standard Attacken repel. Use ein Angriffen Angriffen, um den Angriffen der Angriffen der Angriffen zu verhindern. Okay. Gut. Keep going, dann destroy die Schild. Gut. Keep going. Okay. Excellent. Now finish the job and kill him. Remember, you can also roll over an enemy to bypass his defenses. Okay. Interessant. Da wissen wir jetzt also Bescheid. Och du kacke. Du hörst du? Bauch-Pwang-Gun ist bereits zwei. Ja. Ich hörst du sie in Sobu-Ziker. Ich hörst du sie wieder. Ich hörst du sie in Sobu-Ziker. Scheiße. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Ah! Okay. Okay. Das... Ich hätte... Ich hab nicht hingeguckt. Entschuldigung. 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 Ich hörst du mal. Bauch-Pwang-Gun ist ja auch zwei. Ist ja. Ich hörst du sie in Sobu-Ziker-Ziker. Die sind wieder zurück. Gehen wir einfach außen rum. Was macht das hier? Oh man. Was macht denn das? Der Typ da. Jawoll. Alter. Ach du Kacke. Ey Arschlöcher geht weg. Pech gehabt. Okay. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber ich habe es aus Versehen gemacht. Oh. Ähm. Ich habe eine Brücke gefunden. Kann man ja nicht wissen. Das kann man einfach nicht wissen. Okay. Hier ist scheint viel los zu sein. Ey. Der hat doch einfach stehen bleiben können. Komm her. Na komm mein Freund. Der hat sich umgedreht. Los. Du kannst dich jetzt auch umdrehen. Und zack. Und. Hallo. Ist das dein Ernst? Wir hätten nur noch ruhig einen Schritt mehr machen können. Okay. Was haben wir hier noch? Und sowas. Und sowas. Ich weiß immer noch nicht was das ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wir sammeln es einfach mal ein. Besser als wenn man das dann was stehen lässt. Ne. Wissen wir Bescheid. Tut er jetzt einfach mal weg gehen. Ja. Das wollte ich doch gar nicht. Ich bin hier hoch. Los. Versteck dich. Mein Freund. Was will der Typ eigentlich? Kacke ey. Ich weiß gar nicht was ich jetzt machen soll. Attentat. Attentat. Hoppala. Oh oh. Runter. 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 Nein. Bleib stehen. Oh Alter war das knapp. Attentat. 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 Und. Attentat. Uiuiui. Oh. Da war noch so ein Ding. Die sind also schon mal platt. Die Typen. Also man merkt. Ich mache gerne Attentate. Also jetzt so ne. Okay. Jetzt blickt er kurz zurück. Lang gehen. Lang gehen. Lang gehen. Antat. Das muss jetzt auch wirklich nicht sein. Drei Templar. Und. Informanten töten. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. So. Hä? Was müssen wir denn jetzt machen? Was ist denn jetzt irgendwo rüber? Also irgendwie begreife ich das nicht. Hä? Das wäre jetzt gerade irgendwie so ein bisschen zu hoch. Oder habe ich hier irgendwas verpasst? Die Fresse. Nee. Aber wir werden wahrscheinlich hier runter müssen. Hallo. Ach. Adlerauge. Ja. Ja. Wir können da runter. Gut. Dann gehen wir nochmal kurz hier vorne lang. Und da. Oh. Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach. Was? Wir wurden getroffen. Boah. Wo sind wir jetzt? Oh. Zum Glück. Okay. Dann gehen wir da. Ist ja schon mal nicht lang. Also. Außer wir müssen da lang. Nee. Wir können anscheinend auch hier lang. Und da haben wir uns zu suchen. Wir müssen uns zu suchen. Wir müssen uns zu suchen. Hoppala. Entschuldigung. Ich möchte da gerne hoch. Ach du Kacke. Was war das denn? Hier ist niemand. Was ist das? Da kann man nicht gegenspringen. Mano. Dreht der sich irgendwie auch um oder sowas? Hallo. Der kann sich auch gerne mal umdrehen. Ups. Können wir nach hinten? Nee. Nach hinten geht nicht. Aber irgendwie. Oder kann man hier dann außen rum? Jawoll. Bisschen schneller. So. Und dann gehen wir das so. Einfach hier rum. Was ist das für einer? Wie kommt man denn zu dem hin? Los. Spring doch da hin. Okay. Also da hin kann man also nicht. Okay. Dann gehen wir hier rüber. Aber wie kommt man denn zu dem Typen? Okay. Er ist noch nicht da. Dann machen wir gleich einen schönen Attentat. Einmal so zack. Aus heiteren Himmel. Man sieht auch meine Hand nicht oder so. Attentat. Attentat. Nee. Entschuldigung. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Jawohl. Gibt keine Synchronisation. Okay. Todesprung. Wohl. Jawohl. Also eine Synchronisation ist cooler gefunden. Da unten kann man also nicht lang. Aber wir können das sehen. Was passiert dann? Oh. Jetzt kann man da lang. Okay. Ui. Ah. Immer noch nicht. Wen kriegt die? Wen kriegt die? Und wenn wir jetzt eigentlich verarschen, mann! Mann! Immer dasselbe. Ihr kommt anscheinend hier nicht hoch, ihr Affen. Aua! Wer hätte das ahnen können, dass der auch mal so einen komischen Stern da hat? Alter! Euer Ernst jetzt? Ist das jetzt euer Ernst, dass ich so weit hinten wieder anfangen muss? Was? Ich überlege gerade, ist das weit hinten? Ja, das ist weit hinten. Ja, Skyken. Attentate! Attentate! Wie kommt man da hin? War ich nicht! Na los! Komm her hier! Ich warte auf dich! Attentate! Entschuldigung! Also irgendwie machen die gar nichts. Ist es okay? Jetzt komme ich! Lucinda! Lol! Du bist ein Arsch! Tut der mich einfach angreifen? Ich fasse es nicht. Okay, jetzt hoch. Okay, der wird gleich hier zu uns kommen. Und... Ganz schnell hoch und hinterher und zack! Weg mit dir! So! Wohl, kommt man noch irgendwie in diese Kiste ran, da unten? Nö! Egal! Toller Sprung! Ui! Okay, also diesmal gehen wir nicht da vorne. Ich muss da raus, so. Oh, okay. Dann gehen wir hier lang. Vielleicht haben wir hier mehr... Oh! Noch so ein komisches Ding. Was immer... Oh! Oh, ich werde fast hochgegangen. Hi! Attentate! Hoppala! Hä? Okay, also da kommt man nicht hin. Was mache ich hier? Bin ich hier überhaupt richtig? Oh, hier scheint man nirgendwo lang zu kommen. Oh, das ist ja voll gemein. Dann müssen wir ja da lang. Okay, dann müssen wir das Ganze taktisch angehen. Ui! Oh! Okay! Aber wir machen das Ganze anders. Komm her! Nein, 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 nein. C. Aufsammeln, aufsammeln. Da haben wir noch die Person auf, Mann. So. Das ist ja da aus der Reichweite. Also aus dem Blickwinkel. So, der ist auch kalt. Oh, kacke. Luftwaffe. Eh? Ja. Jawoll. Hat zwar jetzt nichts gebaut, dass wir die getötet haben. Aber na gut, ich würde sagen, das war es mit dieser Folge von Let's Play Assassin's Creed Chronicles China. Und in der nächsten Folge werden wir jetzt hier mal diesen Weg hier unten lang gehen. Und mal schauen, was uns da so erwarten wird. Also, wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.